Ganz standesgemäß, per Kutsche, war Kaiserin Sissi am Montag zurück in Bremen. Mit im Schlepptau gleich zwei neue Hauptdarsteller. Matthias Edenborn wird im Musical Elisabeth künftig Kaiser Franz spielen. Der Tod bekommt das Gesicht von Marc Seibert. Wir verstehen uns super. Also Marc Seibert und Matthias Edenborn sind echt super Kollegen. Und mit den neuen Kollegen gab es gleich mal eine Kostprobe. Der Tod in Person von Marc Seibert könnte dabei vielen bereits ein Begriff sein. Schließlich spielte er bereits den Ranger im Musical Schuh des Manitou. Ganz anders, aber das ist ja das Schöne als Darsteller, dass man halt eben auch verschiedene Sachen machen möchte und machen sollte, um irgendwo auch flexibel zu bleiben und sich nicht irgendwas reindrängen lässt. In Bremen wird das Musical nach der Premiere in Köln dann im März 2012 für drei Wochen zu Gast sein. Ein Comeback, das schon jetzt Vorfreude bei Sissi auslöst. Also ich habe hier so schön gewohnt im Viertel und es hat so schön geschneit und so. Ich habe Bremen echt geliebt. Ich war sehr ein Zuhausegefühl lustigerweise. Ich weiß nicht, weil es so nah in Holland ist oder so, aber es war echt sehr schön. Ich glaube, es wird eine ganz besondere Erfassung von Elisabeth. Die Bremer können sich also jetzt schon auf die Rückkehr von Sissi und ihren Kollegen freuen. Bis dahin dürfte aber für das Trio noch die ein oder andere Probe auf dem Programm stehen. ? . . . . . Aaaaaaaaaaaaaaaaai!